Ranked oder nicht ranked? Nicht ranked und schneefrei Ok, alles klar Ein Rettich Rettich Oh mit Puck? Ja ist doch auch schneefrei Oh scheiße Ach du scheiße Wie hab ich Sinn vom Wandel? Das war ich oder? Das war ich Aber geil gemacht Die hab ich echt geil geholt Ja Bis der nach hinten geht Ey Das musst du nicht Ach scheiße Die kriegen wir noch Boah die fallen alle drei drauf Aller krass Was? Wollte auch mal jetzt machen Warst du oder? Ja die haben schon so kreis gesehen War das nicht was Brotes? Die fallen alle drei drauf Und Wow Was ist das? Ich wollte eigentlich dran vorbeispielen Das Problem ist Wenn ich nicht rangehe Kommt der hin und dran Deswegen wollte ich nicht Der wer nicht rankommt Da wär ich vorher dran gewesen Ja Natürlich Der war doch noch nicht mal ein Bild gewesen Der andere Ich hab nur ein Bild gehabt Und dein letzter Klärungsversuch Ging halt auch anders aus Deswegen dachte ich mir Ich geh halt hier mal ran Man lernt auch was Fehlern das dir bewusst Ist es aber garantiert? Ich meine ich wollte schon Die Challenge einsteuerung Jeder macht ein Eigentor Ja siehst du mal Patrick hat auch Eigens ein Tor gemacht Eigens ein Tor Ich wusste jemand war hinter mir Ich war neben dir Ich werde mich bereit halten zum Reinspielen Ich werde mich bereit halten zum Reinspielen Schön Könnte ich wieder 1 gegen 5 Also Ja ja Das ist hart aber Ich muss was ich kann noch mit nitro angeschossen drückt sich auf einmal weg so was hat er denn es gemacht hat es war genau so gut geplant Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Nein. Sie haben ein Tor geschossen. Oh, das ist auch deutsch, oder? Nein. Weil der deutsche Flagge als Ultimatorkontakt hat, ist einer der Todes. Ich bin nicht zusammen, ey. Ich bin nicht zusammen. Ich wollte auch noch zum Boost. Habt ihr euch gegenseitig weggeschopft, oder was? Nee, ich Patrick. Ich bin nicht zusammen. Oh, das ist ein Vollbooster getränkt. Oh, ich wollte nach rechts formen. Ich nicht. Ja, das hab ich gemacht. Ich hatte ja Vollboost gehabt. Mensch. Ja, das ist sehr hart. Nee. Ja. Meine Gäude. Ich hab so gekämpft, dass er genau dahin kommt. Ich habe noch ein Torhaut weggekickt. Das war ein Replaysperson. Das war schön aus. Nice! Das war doch noch ein Schick. Ich denke, du bist da. Ich habe noch ein Schick. Das war ein Schick. Ich habe eine Sparte. Das war ein Schick. Ich habe noch ein Schick. Ich habe mir die Schick. Das ist ein Schick. Ah also ich dachte ich kann dir schön den schuss legen also nicht gedacht zumindest ich glaube patrick haben angefahren sehr schön und meine vorlage wunderbar war es auch noch mal jemand anwohner ich glaube ich ane petri ist dann vorbeigesehlt sehr gut jawohl wunderbar ich habe jetzt nicht erwartet dass da jemand das als vorlage nutzen kann aber ok ist auch schön geflogen ja 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 so was dann auf dem gegen tor wird echt krass hier geblockt und da geblockt wo soll die war absichtlich gehen sondern kann auch sein ballkamera und einfach gezogen ich habe auch bei kamera und also wir krachen so oft zu sagen ich finde es schön dass du immer so gut in den krachen zusammen dass wir das wollen wenn wir noch nicht hingucken ich finde es immer schön dass wir gegnern passiert ist immer genau dann ist es dadurch perfekt das vorfallen kann ist immer zufallen kann ich ja das ist immer her das spiel kann relativ viel zu sein ja ja aber warum passiert ist natürlich nur in solchen situationen und nicht bei anderen schade ja 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 We want more, we want more, we want more, we want more. We want more, we want more, we want more. ist wird sein wegkicken oder das ist auch nur auf mich geworden das macht wahrscheinlich absichtlich ist garantiert zuverlässer auf sich ja so wie patrick ist auch oder oder an der portfallkameraden gab es hatte wahrscheinlich gerade direkt auf mich gefahren sein die chance ist eine mails das absichtlich machen ist deutlich geringer als das machen guck bei mir war es auch durch zuvor ich wollte den ball haben hat die weggeschoben und damit hat sie freie bahn könnte mir unterstellen ich habe das absichtlich gemacht hier weg gerammt daher kann man das schon denken ich habe keinen grund zum story ich habe niemanden zerstört ach das ist nur beim zerstören und ich mache das nur beim zerstören als andere sind also das ist ja wohl echt nicht ein grund für story weil ich jemanden weg schieben ja ich habe noch nicht rausgekriegt kann mir rolle so gut als richter vorstellen mörder vor sich jetzt hatten jetzt der schuss hat sich aus versehen gelöst kann immer passieren denn es hat mir überlegt dass du vielleicht auch manchmal ein bisschen vorlieb ist in diesem spiel wenn ich es durchaus war bestreite ich ja auch nicht aber dieses dieses gutgläubige die 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 spieler in rocket league sind immer so gut menschen wir sind aber nicht alle reise weißt du wie viele stunden ich in diesem spiel habe aber auch schon ein paar stündchen deswegen bin ich trotzdem nicht so dass die leute alle scheiße sind klar gibt es 90 prozent sind aber nur toxic as hell es ist einfach so auch nicht so schön liegen lassen vor der zudr rein sehr schön Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh! Ich wollte gerade sagen, Borak bleibt unterhalten, aber nein, diesmal geht auch. Er wollte einmal gewinnen, es hat er geschafft und dann auch sein Soll erfüllt. Nö, warum nicht? Jetzt nimmt ihm ja niemand über. Oh, no. Oh, no. Oh! 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 Oh, kommt gut. warte Das war's für heute. Schön, aber es hat doch geil gemacht. Aber richtig schön hat Frosy das gemacht. Er nimmt ihn und spielt sein eigenes Team mit Gaylord. Was für eine Parade. Da hebt man genau drüber um mich. Das ist auch eine krasse Parade. Du hast so krass gespielt von mir. Ich bin genau ganz sanft. Alter. Ah. Alter. 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 Da ist auch schön aus dem Bild gefahren, hast du gesehen? Ja, da ist auch schön weggefahren. Aber jetzt haben sie auch alle verlassen, ne? Guck mal, wie er wegfährt. Pass mal auf, guck mal. Ja, ist nicht weggefahren. Mach dir Platz, kannst durch. Geht's hin. Hm. Revanche abstimmen. Ja, warum nicht? Da kommen sie ja wieder. Die drei Bots. Da ist auch nicht gut. Schön. Schön. und seiten wechsel und seiten wechsel wir haben es mal wieder hergeschafft wo wart ihr denn die ganze zeit nicht mal nur die kommt ein kitz nummer 274 es sagt jeder wahlfisch zum thunfisch was sollen wir tun fisch sagt der thunfisch du hast die wahl fisch ein bisschen später etwas zeit versetzt ja ich komme nicht man ziemlich weit auf weit sie schild drüber geschossen aber gut gemacht mit soviel schmack ist hier drauf hatte ja den habe ich leicht siegericht ich bin hier nicht dabei so auf die hier gerade rumgeschossen werden alle hinten alle hinten alle hinten nein das war klar dass der leider raus geht mindestens eine noch zwei die gehörten zusammen alle drei aus die sie nach zwei sekunden fünf sekunden und jetzt noch mal ausgepontert wirklich aber das war ein ziemlich heftiger das ging gut gut hin und her das war aus dem team wo ich denn gesammelt habe shit was ist denn das ey das ist hart im auch gut ach schade ja der weist hat man eigentlich echt gut gespielt durch den dich in den reingedrückt jawohl schön ich hab's gehofft dass du rankommst jawohl weißt du nicht wo meine vorlage war ok muss ja noch vom anschluss gewinnen sein ich bin einmal das vorbei Bruno Er sollte da nicht lang, ich habe wohl im letzten Moment weggelegt falsch. Das ist neu, das tut mir vorgesehen. Das hat mich vorhin auch schon gewundert, dass du so die Kamera zurückfährst. Ist das vielleicht nur in dem Modus so? Jawohl, bin Patrick. Okay. 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 Ich bin leider nicht töten. Und rein. Geiles Ding. Ich würde mal sagen, das ist voll gelockt. Ich glaube, wie er schön in der Seite reingerutscht ist. So. Okay. Okay. Wow. Das war's. Gut. Das war's. 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 Good. Das war's. 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 sehr gut da hauen sie das ding noch gegen die wand so eine runde würde ich noch machen ihr Lieben das ist eine andere Schicht da ist so geliefert da ist so geliebbar uch uch wo auch ne? doch doch will man das schon? mhm du bist der übelst übel mann du bist der übelst übel mann übelst übelst übel mann dann werde ich mal umgedreht ne? um Schild vorbeigeschossen Wolle ich gegen die Weile anstatt an dem Punkt Alle drei drauf Ich drehe immer schon weg, wenn ich sehe, dass ihr da schon ankommt Entferne ich euch noch rechtzeitig mitkriege Oh, ich spiele mit Tormod Oh, fängt denn da nix Gut, wenn ich auf die Bremse gegangen bin Du musst kurz ausspielen Ich kam da gerade so aus dem Tor raus und dann so Oh ja, mein Gott und dann noch nein Doch Bevor ich dich noch weghauere Schön Hätte ich aber auch keine Worte mehr gehabt Ja, deswegen Ich hab meine Reflexe verbessert Wie du hast Reflexe Das hast du ja behauptet Könnt du sagen, ich hab die verbessert Ahhhh Alter Jetzt habt ihr mich aber auch ausgescheit Genau da falle ich halt gerade runter in dem Moment Ja Ich hab den nicht auch mit einem Ausschild ausgespielt Warum wieder und schütt mich direkt wieder, oder? Ja, das ist garantiert nur ein Zufall Ist ja schon okay, ich stehe ja schon Ich dachte immer, ich stehe halt hier vorbei Weil ich gerade noch nicht unterwegs war Und siehst du zu mir rüber? Ja, ich ja auch Ich hatte das Gefühl ich war schneller Weil ich deutlich früher unterwegs war Ja, Windschatten und so Sowieso Weil ich mir halt Tibo gelegt hatte Ohhhh Boah, da hat's ausgespielt, ey Ohhhh Ich hab Glück, dass er den trotzdem genauso wie der kriegt Vorher schon Hm Pfeil Hab ich gesehen Ich hab das versucht zu blocken, naja Ich hab die ein hat aufgehört fährt wieder Ja, ja, uuuh, ist ja schön, 3 Vorlagen. Sehr schön. Moin, Moin. Schön mit dir. Ganz geschmeidig. So, dann haben wir uns rein gemacht? Ja, sauber. Ich weiß gar nicht, ob ihr den noch berührt habt, ne? Ja, ja, ich denke, ich habe ihn ab und ab und ab. Ich hätte ihn gehabt, also ich hätte ihn natürlich. Egal. Unerwartet. Ich kann echt nicht mit Doppelsprung und richtig überspringen. Wahnsinn. Wenn ich auch nicht mit Doppelsprung eingebst, würde ich wissen, wie es geht? Wir haben ihn mit Doppelsprung. Wir haben ihn mit Doppelsprung. Wir haben ihn mit Doppelsprung. Es ist wohl fast nicht möglich. Und wir sind nicht mit dem Doppelsprung. Doppelgarten. Sie haben ihn mit Doppelsprung. Wir haben ihn mit Doppelsprung. Er fällt wie bei das Doppelsprung. Wow, dass du einen auf das Doppelsprung verleutertest. Bis zum nächsten Mal.